Seelachs mit Püree von Blattspinat Zutatenteil 50g Rohrspinat 100g Kartoffeln 30g Seelachs oder Kabeljau 1 Butterkringel oder 1 TL Olivenöl Rezept Zubereitung 5 Minuten Kochzeit 20 Minuten Die Kartoffeln 20 Minuten lang im ersten Korb ihres Nutripa bekochen. Nach 15 Minuten den Fisch in den oberen Korb geben. Anschließend alle Zutaten in den Mixbehälter füllen und mixen. Seien Sie wagemutig. Ab dem 9. Lebensmonat die Kartoffeln durch Reis ersetzen. Und noch eine kleine Idee um den Geschmack zu verfeinern kann an Löffel Tomatenpüree hinzugegeben werden.